Johann Wolfgang von Goethe Gespräch mit einem österreichischen General In meiner Art auf- und abwandelnd war ich seit einigen Tagen an einem alten Mann von etwa 78 bis 80 Jahren häufig vorübergegangen, der auf sein Rohr mit dem goldenen Knopf gestützt, dieselbe Straße zog, kommend und gehend. Ich erfuhr, er sei ein vormaliger, hochverdienter österreichischer General aus einem alten, sehr vornehmen Geschlechter. Einige Male hatte ich bemerkt, dass der Alte mich scharf anblickte, auch wohl, wenn ich vorüber war, stehen blieb und mir nachschaute. Indes war mir das nicht auffallend, weil mir der gleiche wohl schon oft begegnet ist. Nun aber trat ich einmal auf den Spaziergang etwas zur Seite. Um mich weiß nicht, was genauer anzusehen, da kam der Alte freundlich auf mich zu, entblößte das Haupt ein wenig, was ich natürlich anständig erwiderte, und redete mich folgendermaßen an. Nicht wahr? Sie nennen sich Herr Goethe. Schon recht? Aus Weimar. Ja, schon recht. Nicht wahr, Sie haben Bücher geschrieben. Oh ja. Und Verse gemacht. Auch. Das soll schön sein. Mhm. Haben Sie denn viel geschrieben? Ja, es geht so. Ist das Verse machen schwer? Ja. Es kommt wohl auf die Laune an, ob man gut gegessen und getrunken hat, nicht wahr? Ja, es ist mir fast so vorkommen. Na schau, uns, da sollten Sie nicht in Weimar sitzen bleiben, sondern halt nach Wien kommen. Da hab ich auch schon dran gedacht. Na schau, uns in Wien ist gut. Es wird gut gegessen und gut getrunken. Aha. Und man hätt was auf solche Leute die Verse machen können. Ja. Ja, und die gleichen Leute finden's wohl gar, wenn sie sich gut unterhalten, schauen's und zu leben wissen, in den ersten und vornehmsten Häusern, und sie finden dort auch Aufnahme. Mhm. Na komm, das ist nur mensig bei mir. Ja, Bekanntschaft, Verwandtschaft, Einfluss. Schreib' uns nur, Goethe aus Weimar, bekannt von Karlsbad her. Ja, das lädt Sie es notwendig zu meiner Erinnerung, wissen's, weil ich hab halt viel im Kopf. Werde ich nicht verfehle. Aber sag's mir doch, was haben Sie denn geschrieben? Ja, manchelei, von Adam bis Napoleon, von Ararat bis zum Blaksbäsch, von der Zeder bis zum Brombeestrauch. Ja, das soll berühmt sein, was Sie schreiben. Ja, so leidlich. Ach, schade, dass ich nix von Ihnen gelesen hab und auch früher nix von Ihnen gehört hab. Sind schon neue, verbesserte Auflagen von Ihren Schriften erschienen? Ja, auch, ja. Und es werden noch mehr erscheinen? Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja, schau' uns, da kauf ich Ihre Werke nicht. Ich kauf halt nur Ausgaben letzter Hand, sonst hat's immer den Ärger, nicht ein schlechtes Buch zu besitzen. Oder man muss dieselbe Buch zum zweiten Mal kaufen. Da warte ich, um sicher zu gehen, immer den toten Autoren ab, ehe ich ihr Werke kauf. Das ist ein Grundsatz bei mir. Und von diesem Grundsatz kann ich halt auch bei Ihnen leider nicht abgehen.